Wenn Sie schon mal versucht haben abzunehmen, dann ist Ihnen bestimmt der Begriff Intervallfasten auch schon mal begegnet. Vielleicht haben Sie es auch schon mal ausprobiert, vielleicht sogar ohne genau zu wissen, was das genau mit Ihrem Körper macht. Vielleicht denken Sie ja, man isst einfach mal ein bisschen weniger, wenn man Intervallfastet. Aber darum geht es überhaupt nicht beim Intervallfasten, sondern es gibt andere Mechanismen, warum das so gut funktioniert. Und das Schöne ist, es funktioniert nicht nur für den Körper, es funktioniert auch für die Zähne. Und für die Zähne vielleicht sogar noch viel besser als für Ihren Körper, weil da noch ein paar Effekte dazukommen. Und wie genau das funktioniert und warum das so gut für Sie sein kann, das möchte ich Ihnen in dem heutigen Video mal kurz erklären. Bevor ich dazu komme, Sie können gern, wenn Ihnen dieses Video hilft, mir auch was zurückgeben. Dazu brauchen Sie einfach nur mit diesem Video zu interagieren, also sprich mal einen Daumen hoch zu geben oder was in die Kommentare zu schreiben. Und zweiter Punkt, bevor wir starten, wenn Sie die bestmögliche Zahnpflege haben wollen für zu Hause, da empfehle ich Ihnen den Schweizer Hersteller CuraProx. Da gibt es Handzahnbürsten, gibt es elektrische Zahnbürsten, alles Dinge, die wir hier bei uns unseren Patienten in der Praxis auch empfehlen. Und mit dem Empfehlungslink Dittmann20 bekommen Sie tatsächlich 20 Prozent auf Ihre gesamte Bestellung, also auch für Folgebestellung. Wenn Sie mal Ersatzbürsten brauchen, im Shop von CuraProx.de, den Link packe ich Ihnen ganz gerne unten in die Videobeschreibung. So, zurück zum Thema Intervallfasten. Intervallfasten. Was passiert eigentlich mit Intervallfasten? Also die Idee ist folgende, dass man den Timeslot, sozusagen den Zeitbereich, in dem man Nahrung zu sich nimmt, auf einen kleineren Zeitraum zusammenschrumpft. Von mir aus acht Stunden, sechs Stunden oder vier Stunden am Tag. Es gibt auch Menschen, die die OMAD-Strategie, also One Meal a Day praktizieren, also quasi nur eine einzige Mahlzeit am Tag zu sich nehmen, also quasi nur eine Stunde lang was essen. Und das hat wirklich sehr erstaunliche Auswirkungen auf den Körper. Man hat also da sehr viele Studien gemacht, wissenschaftliche Studien mit Mäusen, aber auch mit Menschen. Und das Interessante ist, dass wenn Sie sowohl Mäusen als auch Menschen Zugang zur Nahrung, ich sage mal zu unterschiedlichen Zeiträumen verschaffen. Also es gibt zum Beispiel Experimente, da hat man einfach zwei Gruppen von Menschen genommen und die eine Menschengruppe, die durfte rund um die Uhr essen, was sie will, so viel sie will. Es gab also ein Riesenbuffet. Und dann hatte man eine andere Menschengruppe und da hat man diese Zeit, die die Mahlzeit zur Verfügung steht, einfach eingeschränkt, ja, auf acht Stunden, auf sechs Stunden, auf vier Stunden. Und dann hat man hinterher geguckt, was essen die, wie viel essen die, wie entwickelt sich das Körpergewicht von den Menschen. Und interessanterweise ist es so, dass in den beiden Vergleichsgruppen ungefähr das Gleiche und auch die gleiche Menge gegessen wird. Also Menschen, die jetzt den ganzen Tag Zugang zu essen haben, essen nicht unbedingt mehr, als Menschen, die nur einen kurzen Zeitraum haben, in dem sie essen. Aber es scheint auf den Stoffwechsel andere Auswirkungen zu haben, weil die Menschen, die nur einen kurzen Zeitraum hatten, die sind einfach nicht dick geworden. Und die, die ständig essen konnten von morgens bis abends, die haben gar nicht mehr gegessen als die anderen. Die haben auch nicht anders gegessen als die anderen und sind trotzdem immer dicker geworden. So, da steckt also irgendein Prinzip dahinter, dass, wenn man das mal verstanden hat, ja, das für sich natürlich anwendend ausnutzen kann, um, ja, entweder nicht dick zu werden oder einfach auch fitter und gesünder zu bleiben. Und auf die Zähne hat das einfach auch ein paar Konsequenzen. So, und jetzt ist die Frage, was ist das Prinzip dahinter? Das Prinzip dahinter ist, dass man versucht, dem Körper so lange wie möglich keine Kohlenhydrate quasi zur Verfügung zu stellen zur Energiegewinnung. Weil das Problem ist, wenn Sie jetzt im Körper Kohlenhydrate anbieten, dann muss der die logischerweise irgendwie verarbeiten. So, was passiert, wenn Sie Kohlenhydrate essen? Ja, das kann Zucker sein, kann aber auch Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis sein. Dann steigt Ihr Blutzuckerspiegel an und dementsprechend in der Konsequenz auch das Insulin. So, und wenn Sie jetzt über den ganzen Tag verteilt Kohlenhydrate essen, dann haben Sie sehr, sehr häufig einen hohen Insulinspiegel. Und immer wenn im Körper irgendein Hormon über einen sehr langen Zeitraum stark erhöht ist, dann führt das zu einer Resistenzbildung. Ja, das heißt, die Zellen werden unempfindlicher gegen dieses Hormon. Und das Ganze nennt sich dann Insulinresistenz. So, Sie merken davon nichts, weil Ihre Bauchspeicheldrüse, ich sage mal, den Blutzucker immer weiter konstant hält. Auch wenn Sie zum Arzt gehen, der misst Ihren Blutzucker. Der stellt auch nichts fest, alles ist gut, vermeintlich. Aber es kann trotzdem sein, dass Ihre Körperzellen mit der Zeit immer weniger empfindlich für dieses Hormon Insulin werden. Und Sie also eine Insulinresistenz entwickeln. Und die Spätfolge, nach 20 Jahren vielleicht, ist dann ein Diabetes. Das ist dann, wenn die Bauchspeicheldrüse es einfach nicht mehr schafft, den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Dann entgleist Ihnen der Blutzuckerspiegel. Aber das bedeutet nur, dass die Eigenregulation des Körpers am Ende ist und Sie quasi zusätzliche Unterstützung von außen brauchen in Form von Medikamenten, um den Blutzuckerspiegel weiter konstant zu halten. Aber krank sind Sie eigentlich schon vorher. Nur, dass es keiner feststellt, weil es einfach nicht gemessen wird. So, welche Werte da gemessen werden sollten, kann ich vielleicht am Ende des Videos Ihnen auch nochmal sagen und Ihnen auch sagen, wo Sie sowas bekommen können. Das bedeutet also, wenn Sie jetzt einfach über sehr häufige Mahlzeiten verteilt, so wie das die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, Kohlenhydrate zu sich nehmen, dann haben Sie also den ganzen Tag erhöhten Insulinspiegel. Und das führt zu Insulinresistenz. Und es führt zu einer noch ziemlich unangenehmen Sache, zu einfach mehr Entzündung. So, und wenn Sie jetzt überlegen, welche Krankheiten alle durch Entzündungen ausgelöst werden oder begünstigt werden, da stehen praktisch alle Zivilisationserkrankungen auf der Liste. Ob das jetzt Autoimmunerkrankungen sind, ob das Allergien sind, aber auch Krebs, Gefäßverkalkung, alles das beginnt letztendlich mit Entzündung. Und diese Entzündung wird begünstigt durch Insulinresistenz. So, und jetzt kommt einfach der Trick, das ist ganz banal eigentlich. Wenn Sie jetzt also 16 Stunden am Tag keine Mahlzeiten zu sich nehmen oder zumindest keine Kohlenhydrate essen, nichts, was Ihren Blutzuckerspiegel in die Höhe treibt und Ihren Insulinspiegel, dann haben Sie einfach 16 Stunden flachen Insulinspiegel. So, das heißt, Sie entwickeln auch keine Insulinresistenz. Das nüchtern Insulin geht runter. Sie müssen ja nicht glauben, dass jemand, der insulinresistent ist, einen tiefen Insulinspiegel hat. Das ist zwar in der Theorie so, aber in der Praxis ist es nicht so. Ja, weil wenn Sie einen gesunden Menschen haben, der isst Zucker, dann steigt der Blutzuckerspiegel, kurz danach steigt der Insulinspiegel, dann kollabiert der Blutzuckerspiegel wieder, dann gibt es mal einen kurzen Hungerast und dann reguliert sich das wieder. So, und dann geht auch das nüchtern Insulin wieder auf seinen Ursprungswert zurück. Wenn Sie aber schon insulinresistent sind, dann kehrt der Insulinspiegel gar nicht mehr auf seinen Ursprungswert zurück. Ja, deswegen, man kann den ja auch messen, den Insulinspiegel, den sogenannten nüchtern Insulin. Und dann wissen Sie, wie insulinresistent Ihr Körper ist. So, das bedeutet, Sie haben permanent erhöhtes Insulin und dadurch auch permanent mehr Entzündung im Körper. Das wissen die meisten Menschen nicht. Und der Arzt hat auch gar nicht die Zeit, Ihnen diese Zusammenhänge zu erklären. Ja, also seien Sie ihm nicht böse, wenn er Ihnen das nicht sagt. Aber das sind natürlich Dinge, da muss man schon ziemlich weit hinter die Kulissen gucken, um das einfach zu verstehen und dann auch in der Praxis umzusetzen. Also, dauerhaft erhöhtes Insulin macht Sie alt und krank. Und das Zweite, was auch noch resultiert ist, wenn Sie insulinresistente Zellen haben, dann haben Sie ja außerhalb der Zelle, ich sage mal, erhöhten Blutzucker. Ja, das heißt, der Zucker kommt schwerer in die Zelle rein. Aber es führt vielleicht auch zu Energiemangel innerhalb der Zelle. Das heißt, jemand, der sehr stark insulinresistent ist und vielleicht einen Diabetes hat, der hat auch keine Energie. Warum? Weil die Zellen einfach keine Energie haben. So, und jetzt ist aber, ich sage mal, die Muskelzelle, wenn die keine Energie hat, dann sind sie einfach ein bisschen träge. Aber stellen Sie sich mal vor, es gilt auch vielleicht für alle anderen Zellen im Körper. Was ist denn mit ihren Abwehrzellen? Was ist denn, wenn die Abwehrzelle, die die jeden Tag zu hunderten entstehende Krebszellen abwehren soll und töten soll, wenn diese Abwehrzelle nicht genug Energie hat? Was sind dann? Oder wollen wir noch weiter spinnen, was ist denn mit den Gehirnzellen? Ja, also, Sie kennen vielleicht den Effekt, wenn Menschen fasten, ja, drei Tage, fünf Tage, sieben Tage mal nichts essen, dann sagen die immer, sie wären plötzlich so klar im Kopf. So, was heißt das eigentlich? Das heißt einfach nur, Sie bauen Ihre Insulinresistenz ab und plötzlich haben die Gehirnzellen wieder mehr Energie. Ja, also auch dieses Müdigkeitsgefühl, diese mentale Müdigkeit, die Sie haben. Also nicht nur eine körperliche Trägheit oder Müdigkeit, sondern auch diese mentale Müdigkeit, auch die wird letztendlich von der Insulinresistenz mit begünstigt, mit ausgelöst. Ja, das merkt man immer dann, wenn man die Zucker mal weglässt nach ein paar Tagen, wie klar man wieder im Kopf wird. Deswegen ist es auch vor dem Hintergrund vielleicht mal ganz interessant, das Intervallfasten mal auszuprobieren. So, Vorteil ist natürlich, wenn Ihr Insulinspiegel jetzt sinkt, ja, dann startet auch die Fettverbrennung. Also solange das Insulin erhöht ist, haben Sie gar keine Fettverbrennung. Und daher kommt auch diese Trägheit, ja, wenn Sie keine Fettverbrennung haben und der Zucker auch nicht in die Zellen vernünftig reinkommt, dann hat die Zelle halt einfach keine Power, keine Energie und Sie sind den ganzen Tag schlapp und müde. Aber was hat denn das jetzt mit Ihren Zähnen zu tun? Naja, Sie müssen sich vorstellen, im Mund gibt es eine ganz besondere Situation. Die haben Sie unter natürlichen Bedingungen sonst nirgendwo im Körper. Vielleicht ausnahmsweise an Stellen, wo irgendwelche Festkörper entstehen, was weiß ich, Mandelsteine oder sowas. Aber im Mund haben Sie Zahnoberflächen und das sind Grenzflächen im wässrigen Milieu. So, und Grenzflächen im wässrigen Milieu entwickeln immer einen Biofilm. Also auf dieser Oberfläche entwickelt sich immer ein Biofilm. Sie können nichts dagegen tun. So, und dieser Biofilm sind nicht einfach mehr freischwimmende Bakterien, sondern da sind Bakterien in so einer Schmierschicht zusammengelagert und die beschützen sich gegenseitig, indem die einfach so einen Schleim produzieren, wodurch diese Bakterien praktisch unangreifbar werden für Ihr Immunsystem, aber auch für Spüllösungen, für Medikamente. Ja, das Einzige, womit Sie sowas wegbekommen, sind irgendwelche Chlorreiniger. Nur, die können Sie natürlich, das ist das, was Sie in Abfluss kippen gegen den Biofilm, nur das können Sie natürlich nicht in Ihrer Mundhöhle einsetzen. Ja, wir benutzen sowas teilweise in der Zahnmedizin bei Wurzelbehandlungen, um den Biofilm im Zahninnern abzutöten, weil da haben wir einen Hohlraum, der keinen Kontakt zu Gewebe hat. Da können wir das benutzen, aber bei der Parodontitisbehandlung, also wenn wir den Zahnhalteapparat behandeln, wenn wir die Wurzeloberflächen reinigen von diesem Biofilm, dann können wir natürlich keinen Chlorreiniger einsetzen, sondern da müssen wir diesen Biofilm einfach mechanisch entfernen. So, und dieser Biofilm, der verändert sich im Laufe Ihres Lebens, wenn der nicht entfernt wird und wird immer aggressiver. Das heißt, nicht nur die Quantität ändert sich, es werden nicht nur mehr Bakterien, sondern die Qualität der Bakterien ändert sich. Es werden also immer aggressivere Keime. Das sind irgendwann Bakterien, die nur noch unter Sauerstoffabschluss wachsen, also irgendwo tief in der Zahnfaschtasche, wo gar kein Sauerstoff hinkommen kann. Und diese Bakterien verursachen derart starke Entzündungen, dass daraufhin sich Ihr Kieferknochen abbaut, und Sie haben dann eine Parodontose, eine Parodontitis, und Ihnen fallen irgendwann die Zähne aus. Und diese Immunabwehr, die im Mund wirklich viel mehr leisten muss, als im Rest des Körpers, weil im Rest des Körpers haben Sie diesen Biofilm typischerweise nicht, das bedeutet natürlich, dass Sie da einfach eine gesündere Abwehr brauchen. Und andersrum gesagt, Ihre Abwehrzellen müssen gut funktionieren, Sie brauchen eine gute Durchblutung, also mit einer Gefäßverkalkung wird es auch schwierig. Und natürlich ist es hilfreich, wenn Ihr Stoffwechsel nicht so stark zur Entzündung neigt. Das heißt, eine Insulinresistenz führt immer zu einem höheren Risiko für Parodontitis, also für Zahnfleischentzündung, Knochenentzündung, Knochenabwehr und Zahnverlust, als eine hohe Insulinempfindlichkeit. Das sehen wir auch in den ganzen Studien. Die Risikogruppe mit dem stärksten Risiko für Zahnverlust sind schwere Diabetiker. Also Diabetiker, die einen entgleisten Diabetes haben, die haben natürlich nicht nur Zahnprobleme, die haben auch ganz andere Probleme. Da heilen Wunden nicht mehr, die werden blind, die Nieren versagen und irgendwelche Wunden an den Beinen heilen nicht mehr zu. Also es ist natürlich ganz dramatisch. Die ist einfach daran, dass kleine Blutgefäße auch kaputt gehen und da überhaupt gar keine Immunabwehr mehr stattfindet. Aber dann fallen natürlich auch die Zähne raus. Das ist natürlich auch klar. Das ist ein Nebeneffekt von dieser weit fortgeschrittenen Insulinresistenz. Und das Intervallfasten, das verbessert Ihre Insulinempfindlichkeit und wirkt der Insulinresistenz entgegen. Das ist das ganze Geheimnis. Und da geht es gar nicht mal darum, dass Sie jetzt weniger Kohlenhydrate essen müssen, selbst wenn Sie dieselbe Menge Kohlenhydrate essen. Das wird Sie vielleicht ein bisschen trösten wie bisher. Aber Sie verkleinern einfach nur das Zeitintervall, in dem Sie diese Kohlenhydrate zu sich nehmen. Von vielleicht jetzt 16 Stunden auf dann vielleicht 8 Stunden oder 6 oder besser noch 4 Stunden. Dann wird sich Ihre Immunabwehr verbessern, Ihre Entzündungsneigung wird abnehmen, Ihre Durchblutung wird besser werden, Sie werden mehr Energie haben, Sie werden klarer denken können, Sie werden fitter, wahrscheinlich werden Sie sogar abnehmen, ganz verrückte Dinge werden da passieren. Und natürlich die Immunabwehr in Ihrem Mund wird sich verbessern, Ihre Parodontitis wird sich verbessern oder gar nicht erst so schlimm. Und es wird einfach helfen, Ihre Zähne zu erhalten. So, also das ist einmal der Unterschied zu Ihrem Körper, dass wir im Mund diesen Biofilm haben, mit dem Sie sonst nicht umgehen müssen. Ihr gesamter Körper muss sonst nur mit sich selbst umgehen und irgendwelche Bakterien vielleicht mal bekämpfen, die in die Blutbahn kommen, irgendwelche Viren oder Bakterien aus der Umwelt. Aber diesen Biofilm auf irgendwelchen Grenzflächen im westlichen Milieu haben Sie halt wirklich nur im Mund. Deswegen ist die Belastung im Mund viel höher als überall sonst im Körper. Deswegen brauchen Sie da eine besonders gute Abwehr. Und deswegen wirkt sich eine Insulinresistenz in dem Bereich auch besonders stark aus. So, jetzt gibt es aber noch einen Effekt, ganz kleiner, angenehmer Nebeneffekt. Wenn Sie jetzt Intervallfasten und weniger Kohlenhydrate essen oder weniger häufig, haben Sie auch eine bessere Remineralisation Ihrer Zahnsubstanz. Gerade wenn Sie älter werden, ist das von ganz entscheidender Bedeutung. Irgendwann dekompensieren ganz oft solche Systeme in der Mundhöhle. Und Menschen, die jahrzehntelang überhaupt gar keine Probleme mit ihren Zähnen hatten, da geht plötzlich alles kaputt. Plötzlich haben wir eine schwere Parodontitis, tiefe Taschen, 6 mm, 8 mm Taschen, hochentzündetes Zahnfleisch. Dann geht das Zahnfleisch zurück wegen der Parodontitis. Dadurch werden Wurzeloberflächen entblößt, die vorher abgedeckt waren. Die Wurzeloberfläche ist ohnehin nicht so widerstandsfähig wie Zahnschmelz, was Karies angeht. Und jetzt haben Sie noch den ganzen Tag Kohlenhydrate da drauf. Das heißt, die Zahnbelege, die sich auf dieser Oberfläche bilden, die auch schwer entfernt werden, sind in den Zwischenräumen, werden jetzt die ganze Zeit, also die Bakterien in diesen Zahnbelegen, werden die ganze Zeit aus den Kohlenhydraten Säure produzieren. Und dadurch haben wir im Grunde genommen eine Epidemie von Wurzelkaries. Also Wurzelkaries wird uns in den nächsten Jahren sehr stark beschäftigen, weil wir haben immer mehr Menschen, die älter werden. Die Menschen haben immer mehr Zähne im Mund. Natürlich haben diese Menschen alle irgendwann eine Parodontitis. Dann geht das Zahnfleisch zurück. Und wenn dann die Insulinresistenz zunimmt, durch den häufigen Kohlenhydratkonsum, dann kollabiert die Abwehr letztendlich im Mund. Dann geht das Zahnfleisch zurück. Und dann kommen natürlich diese Kohlenhydrate, die haben einen doppelten Effekt. Also einmal systemisch auf den Körper und dann aber auch noch lokal auf der Zahnoberfläche, indem sie dort Karies verursachen. So und auch dem wirken sie logischerweise entgegen, wenn sie Intervall fasten. Weil wenn ihre Zähne 16 Stunden die Möglichkeit haben, Mineralien aus dem Speichel wieder aufzunehmen und nur in einem kürzeren Zeitintervall von vier, sechs oder acht Stunden überhaupt Kohlenhydrate Kontakt bekommen zu ihren Zähnen und sie dann an irgendwelchen Stellen einfach Zahnbeläge haben, die sie nicht geschafft haben wegzuputzen, ist das Risiko für Karies natürlich dramatisch geringer, als wenn sie jetzt, ich sage mal, 16 Stunden lang ihre Zähne Kohlenhydraten aussetzen und nur acht Stunden Remineralisation haben. Also wenn sie, Sie können ja selber mal rechnen, wenn sie 16 Stunden lang von morgens bis abends immer mal wieder kleine Snacks machen und haben 16 Stunden lang eine Kohlenhydratexposition im Mund, im Verhältnis zu acht Stunden Regeneration. Ja, also 16 Stunden Belastung, acht Stunden Regeneration. Dann bedeutet das Faktor zwei. Ja, also Verhältnis Belastung zur Regeneration, Faktor zwei. Wenn Sie das jetzt umkehren und sagen, ich mache acht Stunden Belastung und 16 Stunden Regeneration, dann bedeutet das ja nicht nur, dass sich, ich sage mal, das Verhältnis irgendwie halbiert, sondern im Gegenteil, Sie haben jetzt ein Verhältnis von einhalb. Ja, also Belastung zur Regeneration ist jetzt einhalb. So, und ich sage mal, Faktor zwei zu Faktor einhalb bedeutet eine Veränderung um den Faktor vier. Ja, also Sie haben, wenn Sie jetzt von einer ganz normalen Ernährung 16 Stunden essen, acht Stunden nichts essen, auf 16 Stunden nichts essen und acht Stunden essen wechseln, dann vervierfacht sich relativ gesehen die Regenerationszeit und das Kreisrisiko müsste rein theoretisch auch um 75 Prozent zurückgehen. So, wenn das nicht mal eine gute Nachricht ist. Und dazu bekommen Sie diese ganz anderen Vorteile geschenkt, die ich sozusagen eingangs gesagt habe. So, jetzt vielleicht nochmal die Frage, wie bekommen Sie das raus, was Ihre Insulinresistenz sagt. Also, ich empfehle immer, bevor Sie irgendwas ändern, erst mal den Status Quo zu dokumentieren, damit Sie später gucken können, was hat sich eigentlich verbessert. Ja, wenn Sie jetzt schon mal anfangen und sagen, ich mache das ab morgen, dann haben Sie das Problem, dass Sie das vielleicht schon ein, zwei Wochen machen und wenn Sie dann irgendwie mal zum Arzt gehen, lassen Sie das messen, dann können Sie die Veränderung nicht mehr feststellen. Ja, und Sie können diese Veränderung vor allen Dingen im Laufe der Zeit natürlich auch verfolgen. Das empfehle ich auch, dass Sie sagen, okay, ich will mal wissen, was in meinem Körper vor sich geht und ein ganz wichtiges Maß dafür ist die Insulinresistenz, weil natürlich die Menschen im Laufe des Lebens immer stärker insulinresistent werden und ich bin ziemlich sicher, dass ein sehr, sehr hoher Anteil der Zivilisationserkrankungen mit dieser Insulinresistenz einhergeht oder vielleicht die Insulinresistenz sogar ursächlich ist dafür, zumindest mitursächlich und deswegen sollte man vielleicht auch wissen, wie es da um einen bestellt ist. So, und da messen Sie einfach zwei Werte. Das eine ist das nüchtern Insulin, ja, also bitte nicht verwechseln mit dem nüchternen Blutzucker. Der Arzt misst natürlich die Zuckerwerte, weil das ist die Auswirkung, ja, das ist sozusagen, wenn der Blutzucker ansteigt, wenn also der nüchternen Blutzucker erhöht ist oder auch der Langzeitblutzucker erhöht ist, dann kann er Ihnen sagen, ja, Sie haben dann Prädiabetes oder Sie haben schon Diabetes und dann bekommen Sie Medikamente, aber was er niemals messen wird, weil er diesen Wert nicht beeinflussen kann, ist das nüchternen Insulin, ja, also den Blutzucker kann der Arzt beeinflussen durch Medikamente, also kann er das messen und dann entscheiden, brauchen Sie was, brauchen Sie nichts, aber das nüchternen Insulin kann er gar nicht beeinflussen, weil das nur von Ihrem Verhalten abhängt und deswegen wird das in der Regel nicht messen, ja, also es macht keinen Sinn, eine Diagnostik zu machen, das ist bei uns auch nichts anderes, ja, wir machen keine Diagnostik, wenn sich daraus keine Konsequenzen für die Therapie ergeben, ja, dann ist die Diagnostik ja völlig sinnlos, ja, also ich messe irgendwas, so, und dann, wenn dann abhängig vom Messwert ich später anders reagiere, dann ist es sinnvoll, diesen Messwert zu bestimmen, wenn aber die Konsequenz immer dieselbe ist, dann brauche ich es nicht messen, ja, deswegen wird es einfach nicht gemessen, also lassen Sie Ihren nüchternen Insulin messen und dann gibt es noch eine Verhältniszahl, wo dann das nüchternen Insulin noch ins Verhältnis zum nüchternen Blutzucker gesetzt wird und das ist dann der sogenannte Homa-Index, ja, das sind die beiden Kennzahlen, die Sie messen lassen können und von einem Arzt, der sich damit auskennt, auch interpretieren lassen können, wenn Ihnen der Weg nach Potsdam nicht zu weit ist, meine Frau ist Internistin, ist spezialisiert auf Vorsorge und kann mit diesen Daten was anfangen, ist allerdings eine Privatpraxis, kann ich Ihnen gerne mal verlinken unten, dann können Sie da mal ein Check-up buchen und sich mal durchchecken lassen, da werden natürlich noch mehr Sachen gemacht, als, ich sage mal, diese einfache Blutwerte gemessen, aber dann kriegen Sie mal eine Idee, aber ich bin sicher, Sie finden auch bei jedem anderen Arzt, der sich ein bisschen damit beschäftigt, Hilfe, dass er Ihnen das sagen kann und da gibt es auch Literatur dazu, wenn Sie Interesse haben, kann ich das auch vielleicht noch mal aufgreifen, das Thema ein bisschen Literatur empfehlen, wenn Sie selber ein bisschen was dazu lesen möchten, aber wichtig ist für Sie immer zu verstehen, nicht die Menge der Kohlenhydrate ist entscheidend oder nicht nur die Menge der Kohlenhydrate ist entscheidend zu essen, sondern vor allen Dingen, was Ihr Insulinspiegel sozusagen dann hinterher macht und das wiederum hängt davon ab, in welchem Zeitintervall Sie diese Kohlenhydrate zu sich nehmen. So, vielleicht war das genau die entscheidende Information, die Sie dazu bringt, über das Thema Ernährung mal ein bisschen mehr nachzudenken. Wenn ja, würde es mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, Ihr Dr. Rainer Dittmann.